Oh wie süß, sie beten den an? Das erste von den beiden und wichtig ist hierbei das Feuerelementar. Dieser Erfolg skaliert auch natürlich mit eurer Ausrüstung. Am Anfang ist der sehr, sehr schwierig. Solltet ihr später mal mit besserem Equip reingehen, wird er natürlich sehr einfach werden. Wir gehen jetzt darauf ein, wie das auch mit schlechten Equip machbar ist. Dort zum Beispiel dieser kleine Feuerelementar, den könnt ihr euch in den Fokus setzen. Ihr solltet ihn immer unterbrechen, wenn er seinen Feuersturm wirkt. Das könnt ihr machen, indem ihr ein spezielles Fokus-Makro benutzt. Ich habe euch das unten hereingepostet, dort in der Beschreibung des Videos. Dort unterbrecht ihr nämlich immer das, was in eurem Fokus drin ist und nicht den Boss. Wir haben das hier folgendermaßen gemacht. Wir haben gewartet, bis Magmulatus wirklich kommt. Haben dann den Kampfrausch verwendet, haben dann ein Pre-Pod genommen. Und hierbei ist ein Schadensverursacher mit den höchsten Burst, also der schnellsten Schadensgeschwindigkeit, abgestellt worden. Um alle weiteren Ads, die jetzt da beschworen werden, zu eliminieren. Gleichzeitig haben wir uns auch abgesprochen, wann wir zum Beispiel den Heiler unterstützen mit ein paar Cooldowns. Wichtig ist, dass ihr Magie-Effekte hier auch dispellt. Und der Kampf ist besonders schwierig hier für Tank und für Heiler. Die Schadensverursacher sollten halt immer darauf achten, dass sie das Feuerelementar unterbrechen. Dann wird das Ganze auch einfacher und ihr müsst hier wirklich aus den Void Zones herauslaufen. Die können nämlich sonst sehr schnell für euch tödlich sein. Wenn ihr das mit dem Unterbrechen hinbekommt und es bietet sich da übrigens ein Nahkämpfer an, der die neuen Ads, die da hinzukommen, kaputt macht, dann wird der Erfolg sehr, sehr einfach werden und lässt sich auch mit schlechterem Equipment wirklich bewerkstelligen. Das ist wirklich eine Frage, auch teilweise der Absprache, wer gerade was unterbricht. Wenn man mal nicht unterbrechen kann, sagt man halt kurz zum Beispiel im Teamspeak, bitte ein anderer, ich kann das gerade nicht. Oder man verwendet eben auch ein Makro dafür, siehe unten, das macht das Ganze sehr einfach. Solange das nicht durchkommt, ist der Kampf ziemlich gemütlich. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.